Ich finde das einfach klasse, dass man beim Fashion Yard die Möglichkeit bekommt, sich als Newcomer oder als junger Designer präsentieren zu können. Und auf so einer Veranstaltung wie der Plattform Fashion Yard, also in dieser Kooperation, ist das einfach klasse. Ich fand es mega cool, diese Designer persönlich kennenzulernen. Teilweise können sie die Sachen heute schon kaufen und teilweise wird es die erst in der kommenden Saison geben. Die Plattform Fashion, ich glaube für Düsseldorf ist das eine ganz wichtige Veranstaltung. Einfach, dass man die Modebranche hier in Düsseldorf noch ein bisschen weiter nach vorne bringt. Also ich finde es großartig und auch als junger Designer einfach klasse. Vielen Dank.